Wird er es schaffen? Nein. Er ist tot. Er war unsere einzige Verbindung zu dem Nervengas. Erwitsch wird hier jede Minute anrufen und dann wird er mit ihm sprechen wollen. Ganz schön gemein. Die Lieblingsserie läuft und plötzlich geht es nicht weiter. Technische Störung. Genau vor diese Situation haben Forscher in Baden-Württemberg Testpersonen gestellt, die sich selbst als Serien-Junkies bezeichnen. Dabei waren sie an Diagnosegeräte angeschlossen, die zum Beispiel Hauttemperatur, Herzschlag, Atmung oder Hirnaktivität gemessen haben. Die Probanden dachten, dass sie eine weitere Folge ihrer Lieblingsserie gucken können und haben heftig reagiert, als die Störtafel eingeblendet wurde, sagt der Studienleiter Kai Markus Müller. Da haben die dann richtig anfangen zu schwitzen, da ist die Temperatur abgefallen und der Puls ist angestiegen und die haben erstmal die Luft angehalten. Für Kai Markus Müller von Neuromarketing Labs klare Symptome von Abhängigkeit. Er hat im Auftrag eines Fernsehsenders diese Studie durchgeführt, um rauszufinden, wie Serien-Junkies auf ihre Serie reagieren und auf den Entzug davon. Sein Fazit, die Probanden reagierten extrem auf die Lieblingsserie. Körperlich mit Schwitzen, schnellerem Atem, aber auch im Gehirn. Und entgegen unserer ursprünglichen Hypothese hat sich herausgestellt, dass eine beliebte Serie besonders viele Emotionen anspricht. Das heißt also, die positiven stark als auch die negativen stark anspricht. Hauptsache Emotionen. Und gerade diese starken Emotionen können abhängig machen. Kai Markus Müller erklärt es damit, dass die Serie für viele eine Flucht aus dem Alltag ist. Fehlen dort diese Emotionen, sei das Verlangen ähnlich groß wie bei Suchtkranken. Wir haben uns mal angeschaut, wie Drogenabhängige reagieren auf das Darbieten von Drogenreizen. Und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dass bei denen ähnliche körperliche Reaktionen zustande kommen. Also Drogenabhängige reagieren auch mit einem Temperaturabfall, mit stärkem Schwitzen, mit die Luft anhalten, wenn man ihnen zum Beispiel ein Päckchen Kokain zeigt. Auch für den Suchtberater Gordon Schmidt ist klar, es gibt eine echte Seriensucht und es gibt Betroffene. Schmidt leitet eine Berliner Caritas-Beratungsstelle für Computerspiel- und Internetsüchtige. Ungefähr 10% seiner Patienten sind seriensüchtig, mehr Frauen als Männer. Trotzdem sieht er einen großen Unterschied zu Drogensüchtigen. Da kommt schließlich noch die lange Entzugsphase hinzu, mit Magenkrämpfen, Panikattacken, Kreislaufproblemen. Nicht gerade das, was Serien auslösen können. Außerdem ist nicht jeder gleich süchtig, der eine Serie von vorne bis hinten an einem Wochenende durchschaut. Bei einer Seriensucht gibt es noch andere Symptome, sagt Schmidt. Bei denen äußert es sich insofern, dass sie ihren Alltag nicht mehr geregelt bekommen, dass sie beispielsweise ihr Studium vernachlässigen, es eben nicht mehr schaffen, zur Vorlesung zu gehen oder zur Ausbildung zu gehen und sich zwar fest vornehmen, okay, um 8 Uhr schalte ich den Ausknopf und gehe dann zur Arbeit bzw. zum Studium, aber es dann nicht schaffen, also nicht mehr die Kontrolle haben, dies dann wirklich zu tun. Neben dem Job oder der Ausbildung leiden häufig auch die persönlichen Kontakte. Freunde werden vernachlässigt, Verabredungen kurzfristig abgesagt. Oft damit verbunden, dass Geschichten erfunden werden bzw. gelogen wird, um das exzessives Schauen der Serien zu verheimlichen. Seriensüchtige berät Gordon Schmidt erst seit dem zunehmenden Streaming im Internet, also seitdem hunderte Serien für einen Pauschalpreis im Internet verfügbar sind. Und seit es Binge-Watching gibt, das neue Modewort für Serienschauen ohne Ende, das nur ein Mausklick weit weg ist. Ich gebe dieses Gefängnis nicht auf. Nee, nee, das glaubst du wohl, wer mag das sein? Walter White? Was bisher geschah. Mittlerweile sind auch die Fernsehsender darauf aufgesprungen und programmieren häufiger Serien als Binge-Watching-Event in einem Stück an einem Abend. Wer erstmal süchtig ist, dem ist sogar egal, welche Serie läuft, so der Suchtexperte Schmidt. Das Belohnungssystem ist dann so darauf geprägt, dass die Serie als einzige und notwendige Flucht aus dem Alltag gesehen wird. Und da empfiehlt es sich auch präventiv, auch jemand, der gerne Serien schaut, immer darauf zu achten, dass ich weiterhin andere Alternativverhalten habe, Möglichkeiten habe, um mich zu belohnen. Dieses Alternativverhalten kann ganz banal sein. Sport, Spazierengehen im Park, Freunde. Wenn das noch immer nicht hilft, helfen strenge Regeln. Das Internet um 10 Uhr abends kappen, einen Wecker stellen, nach zwei Stunden Serien schauen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann müssen auch Serienjunkies in Therapie. Für leichtere Fälle hilft vielleicht auch einfach der gute Ratschlag aus alten Fernsehzeiten. Oh oh, es wird Zeit, ihr solltet schon mal abschalten, ja.